Schalom und Gottes reichen Segen im Namen des Herrn Jesus Christus. Willkommen zur ersten Folge der Serie Das Buch der Offenbarung im Jahr 2021, nämlich die 16. Folge. Wir haben uns in der letzten Folge mit der Hölle beschäftigt, dem Feuersee und dem Gericht Gottes. Und ein Gericht wird auch ergehen auf die Geläubigen, sei es im Judentum oder auch im Christentum. Und um da natürlich für Vorsorgung zu sorgen, wollen wir uns heute mal beschäftigen mit dem Siegel Gottes, die Versiegelung auf der Stirn. Und da wollen wir uns mal anschauen, was das genau bedeutet und beinhaltet. Denn darüber lesen wir in der Tat auch etwas im Buch der Offenbarung. Wir fangen zunächst mal an mit Offenbarung 7, Abvers 2. Da heißt es, Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, Schädig die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Also hier geht es schon mal um das Siegel Gottes, das diejenigen bekommen, die die Knechte Gottes sind. Und über den Knecht Gottes, Jesus Christus, oder auch die Knechte Gottes, die wir Christen sind, die wir dem Knecht Gottes, Jesus Christus, folgen. Darüber haben wir auch schon ein Video gemacht. Das heißt, hier geht es um die gläubigen Christen, die versiegelt werden an ihren Stirnen. Gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass diejenigen, die nicht mit dem Siegel Gottes an ihren Stirnen versiegelt werden, den Schaden und die Plagen zu spüren bekommen. Und da schauen wir mal uns an, was geschehen wird bei der fünften Posaune, wenn die erschallen wird. Da lesen wir noch in Barung 9, Abvers 3. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor. Und hier sind es Engel, und zwar Engel, die im Auftrag Gottes Schaden den Menschen zufügen, die nicht Buße tun wollen. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirne haben. Und diese Plage, diese Schmerzen, die diejenigen erleiden und ertragen müssen, die nicht versiegelt sind an ihren Stirnen, die sind sehr groß, sehr stark. Hier geht es auch um eine Zeitspanne kurz vor der Wiederkunft des Herrn. Und hier geht es um die fünfte Posaune. Und man kann ja nachlesen in Offenbarung 9 dann, was geschehen wird bei der sechsten, also bei der vorletzten Posaune. Da werden nämlich ein Drittel der Menschen, die dann noch leben, von diesen Engeln, den vier Engeln, umgebracht werden. Das Gericht Gottes ergeht dann zur letzten Zeit. Auch hier sehen wir, wie gesagt, das Siegel Gottes befindet sich auf den oder an den Stirnen der Menschen. Und was es sich dabei, um was es sich dabei handelt bei diesem Siegel Gottes auf den Stirn, dazu soll folgender Vers vor allem das verdeutlichen, was es auf jeden Fall beinhaltet, nämlich im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 19 heißt es, Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, und das tun wir Christen ja, zum Beispiel im Gebet, wenn wir im Namen von Jesus Christus zum himmlischen Vater beten, derjenige wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Genau dieses Siegel, das wir bekommen als Christen, genau hier geht es auch um dieses Siegel. Und dazu wollen wir uns diesen Vers mal kurz auseinandernehmen. Dieses Siegel ist also, da geht es um diejenigen, die der Herr kennt. Und deswegen schauen wir uns mal an, was ein Merkzeichen dessen ist, dass der Herr uns kennt, indem wir uns mal anschauen, was Jesus über diejenigen sagte, das Merkzeichen derjenigen, die Jesus nicht kennt. In Matthäus 7, Abvers 21 sagte Jesus über Christen, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Hier geht es also nicht um Glauben, sondern um Werke. Man soll den Willen des Vaters tun. Ein Zuwort. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Diejenigen, die das Siegel haben, laut 2. Timotheusbrief, die kennen oder die kennt Jesus Christus, es sind die Seinen. Und wenn diejenigen, die Jesus nicht kennt, als Gesetzlose bezeichnet werden, dann aus dem Grund, weil sie Gesetzlosigkeit lehren und tun, während diejenigen, die Jesus kennt, also das Gegenteil, bei diesen Knechten Gottes der Fall sein muss. Und sie sind nämlich gerecht, weil sie die Gesetzlosigkeit kritisieren und die Gerechtigkeit lehren und tun. Denn wir lesen noch im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 4, Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Und genau dazu schauen wir uns auch weiter an den nächsten Versabschnitt, nämlich dieses Siegel, jeder, der den Namen des Christus nennt, also wir Christen, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Und wir haben ja gesehen, Gesetzlosigkeit, das hat mit dem zu tun, dass Jesus einen kennt oder eben auch nicht. Also genau dasselbe auch im unteren Teil des Verses. Man soll sich abwenden von der Ungerechtigkeit, um das Siegel Gottes an der Stirn zu erlangen. Und da schauen wir uns erstmal an, was Gerechtigkeit bedeutet. Denn wir haben ja vorhin gelesen, diejenigen, die die Gebote Gottes nicht halten, sind Lügner, weil sie nicht die Wahrheit haben. Also was ist Wahrheit und Gerechtigkeit? Im Psalm 119, Vers 142 heißt es, Wenn man das Gesetz ablehnt, die Gesetzlosigkeit nicht tut und nicht lehrt, also das Gesetz zu halten, weder tut noch lehrt, sondern die Gesetzlosigkeit, dann hat man die Wahrheit nicht, weil das Gesetz die Wahrheit ist. Deswegen ist Jesus die Wahrheit, weil er nie gesündigt hat, das perfekte, einhaltende Vorbild des Gesetzes. Aber um zu verdeutlichen, wovon wir uns abwenden sollen, von der Ungerechtigkeit, schauen wir uns das nochmal an im 1. Johannesbrief. Da heißt es in Kapitel 5, Vers 17, Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und was ist Sünde? Kapitel 3, Vers 4, Die Sünde ist die Gesetzlosigkeit, also die Übertretung des Gesetzes Gottes. Das bedeutet, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes und die Gesetzlosigkeit, die Übertretung der Gesetze Gottes, führt zu Ungerechtigkeit. Deswegen sollen wir uns abwenden von der Ungerechtigkeit hin zu den Geboten des Allmächtigen Gottes, damit wir eben versiegelt werden an unseren Stirnen. Dazu schauen wir uns an, auch Sprüche 15, Vers 29 und Kapitel 28, Vers 9. Da heißt es nämlich, Der Herr ist fern von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten erhört er. Wer sein Ohr aber abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Wer also das Gesetz gar nicht hören will, dessen Gebet ist ein Gräuel. Aber das Gebet des Gerechten, der das Gesetz hört und tut, dessen Gebet wird erhört. Auch hier sehen wir den Zusammenhang in Kapitel 15 und in Kapitel 28, wenn es um das Gebet eines Gesetzlosen geht und das Gebet eines Gerechten. Und auch Paulus sagte dasselbe in Römer 2, Vers 13, Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen sollen, gerechtfertigt werden. Und zum Beispiel nehmen wir mal, wir sehen irgendwie einen Mann, der will eine Bank überfallen und wir gehen zu dem hin und sagen, Hey, laut Bibel ist es verboten zu stehlen, du sollst nicht die Bank überfallen. Und der Mann hört, dass es verboten ist und glaubt es auch, aber geht trotzdem hin und überfällt die Bank und raubt alle aus und kommt damit davon und so weiter. Ja, dann bringt es nichts, dass er davon gehört hat, dass etwas verboten ist. Man soll es hören und dann lassen oder im Fall vom Schabbat halten hören und dann auch tun und feiern. Also nichts Neues unter der Sonne, weder im Neuen noch Malten Testament. Wir lesen auch weiter in Römer 6, Vers 19, Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn so wie ihr einst, früher, Vergangenheit, eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Ja, früher, da wussten wir nichts von unreinen Tieren, dass sie ungesund und verboten sind oder von den Festen Gottes, vom wöchentlichen Schabbat oder wie oder was auch immer. Da haben wir halt Sonnengötter angebetet oder irgendwelche Runengötter oder was weiß ich, Atlantis. Was ist da, dass wir Käse im Heidentum gab? Aber jetzt, heute, wo wir ja wissen, was Gerechtigkeit bedeutet im Sinne der Bibel, sollen wir uns fernhalten von Unreinheiten, also von unreinen Tieren, hin zur Heiligung der Feste Gottes zum Beispiel und des Schabbats. Und auch hier sehen wir den Zusammenhang in einem Vers zwischen Gesetzlosigkeit und Gerechtigkeit. Ein Dienst führt zur Ungerechtigkeit und ein Dienst zur Gerechtigkeit. Auch in Hebräer 1, Vers 9 heißt es, du, und da geht es um den Sohn Gottes, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst, weil Gesetzlosigkeit das Gegenteil von Gerechtigkeit ist. Darum hat dich, oh Gott, nämlich Jesus, dein Gott, nämlich der Vater im Himmel, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Auch im zweiten Gründerbrief, Kapitel 6, Vers 14 heißt es, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und auch in dem Psalmen oder in den Sprüchen wird ja das Gesetz Gottes als ein Nicht bezeichnet und die Gebote Gottes als eine Leuchte und darin sollten wir uns orientieren, damit wir nicht in der Finsternis wandeln, der Gesetzlosigkeit, der Endzeit, sondern damit wir versiegelt werden und nicht das Mahlzeichen des Tieres bekommen. In der siebten Folge der Serie, das Buch der Offenbarung, bin ich ja auf das Mahlzeichen eingegangen und das Mahlzeichen ist praktisch ein Anti-Siegel Gottes, weil es nämlich gegeben wird, unter anderem vom Antichristen, der als der Gesetzlose bezeichnet wird. Und auch der Teufel ist ein Lügner von Anfang an, weil er hat die Wahrheit nicht, das Gesetz Gottes. Er ist ein Rebell, beten wir, dass wir es nicht sind und auch nie sein werden. Wir schauen weiter und schauen uns Ezekiel Kapitel 9 an und das schauen wir uns auch an und das geht ebenfalls um die Endzeit. Da heißt es in Kapitel 4 Und der Herr sprach zu ihm, Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, also der Menschen, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemand an. Die Sünde des Hauses Israel und Judah ist überaus groß, also die Gesetzlosigkeit, die Ungerechtigkeit, das Land ist voll Blut und die Stadt voll Unrecht. Die Tora ist die Anweisung, das Recht Gottes, die Gesetzlosigkeit führt zu Unrecht und Ungerechtigkeit und hier sehen wir, dass ebenfalls die Menschen ein Zeichen auf die Stirn bekommen, nämlich das Siegel Gottes, wenn die Menschen eben Buße tun, umkehren von ihren ungerechten Wegen und gesetzlosen Wegen und wir sehen hier, dass diese Menschen auch seufzen und jammern über all die Gräuel, über all diese Dinge, die geschehen, auch die Heiden können natürlich die jetzt nicht an Gott der Bibel glauben, jammern und seufzen über Morde und Kriege, was da geschieht und Ungerechtigkeiten, aber für uns Christen gehört eben noch was anderes dazu, zum Beispiel, wenn eben jemand den Schabbat als abgeschafft betrachtet, das ist ebenfalls etwas, wo wir seufzen oder wenn jemand ein Osterei sucht oder Schweinekotelett isst, auch da seufzen wir, aber viele Christen genießen das, aber Gott kann ich auf jeden Fall sagen, verurteilt das auf Schärfste und am Ende der Gnadenzeit beginnt das Gericht und das beginnt laut Bibel beim Volk Gottes. Wir schauen uns weiter an, was geschrieben steht in der Thora im 5. Buch Mose, Kapitel 11, Abvers 18, da heißt es nämlich, so nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand und sie sollen zum Erinnerungszeichen über euren Augen sein, also auf der Stirn. Und denken wir dran, das Mahlzeichen des Tieres wird sich ebenfalls befinden auf der Hand oder auf der Stirn. Denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch heute zu tun gebiete, getreulich haltet, dass ihr dem Herrn euren Gott liebt, dass ihr in allen seinen Wegen wandelt und ihm anhängt, ja dann wird das Volk Gottes gesegnet werden. Und denken wir dran, auch laut 1. Johannesbrief besteht die Liebe zu Gott darin, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Das steht auch hier in der Thora, daran hat sich nichts geändert. Und auch hier sehen wir von einem Zeichen über den Augen, auf der Stirn oder auf der Hand, dass wir nämlich die Gebote des Gottes unseres Herzens im Herzen tragen, in unserer Seele und dass wir sie tun und auch im Geist an sie gedenken. Und nur wenn wir die Gebote natürlich als nicht abgeschafft betrachten, können wir Gott so dienen, wie er es möchte und unserem Vorbild Jesus Christus nachfolgen, was wir ja tun sollen laut Neuem Testament. Und wenn Jesus, der Herr über den Schabbat ist, Passa gefeiert hat, wer sind wir, dass wir das nicht tun, sondern feste halten, die Jesus niemals gehalten hat oder jemals halten wird. Die letzten zwei Verse, die wir uns noch anschauen wollen, befinden sich dann ebenfalls noch im Buch der Offenbarung. Da heißt es nämlich in Offenbarung 12, Vers 17 und in Kapitel 14, Vers 12 Und der Drache wurde zornig über die Frau, Gottes Volk, und ging hin, um Krieg zu führen mit den Übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Das macht das Volk Gottes aus, so wie es einen alten Bund, einen neuen Bund gibt, so gibt es ein altes und neues Testament. Und das alte und neue Testament ist eins, eine Bibel, so wie der Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus eins sind in Ewigkeit, so sollen auch wir an Jesus Christus glauben, diesen Glauben bewahren und die Gebote Gottes bewahren und befolgen, denn das macht den Menschen aus, fürchte Gott von ganzem Herzen und halte seine Gebote laut Bibel. Wir sehen also, das Buch der Offenbarung, Kapitel oder Folge 16, vielmehr das Siegel Gottes, die Versiegelung auf der Stirn oder an der Stirn, geschieht eben dadurch, dass wir Wurste tun, dass wir Ja sagen zu den Geboten Gottes und dass wir von unseren ungerechten Wegen abtun, denn früher oder später wird auf jeden Fall jede Sünde ans Licht kommen. Deswegen, wer früher Wurste tut und zurückkehrt zur Wahrheit, zu den Geboten Gottes, der ist so der so klar im Vorteil, denn eins steht fest, die Wahrheit kommt ans Tageslicht, nämlich von Zion aus, das Gesetz wird in alle Welt gehen und der Gesetzgeber ist unser Herr und König und Richter, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch im Namen unseres Erlösers, Jeschua Hamashiach, Jesus Christus. Amen.